Im folgenden Video zeige ich euch kurz, wo ihr beim Istrefest alle 15 Eier findet. Also bleibt dran, gleich geht's los. Eins ist direkt vor euch auf dem Dach. Eins beim Festhändler, eins hinter dem Thron, eins vor der Fischhändlerhütte, eins auf dem Bootsteg. Eins hinter der Schmiedhütte, eins auf dem Friedhof, eins bei den Wasserfällen, eins vor dem Langhaus, eins unten im Langhaus, eins oben außerhalb, eins oben innerhalb, eins beim Bogenschießen, eins beim Faustkamm, und eins oben auf der Säule beim Museum. Ok, das waren alle. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß beim Fest. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.